Hi Leute, herzlich willkommen zurück zum BAUSIMULATOR 2015 mit dem Randy. Und den Dino. Ich glaube diese Mauer wird problematisch hier. Jupp, passt. Hier fehlt halt noch das Mittelstück. Ja, und da komm ich nicht hin. Aber probier gleich noch mal einen Moment. Mitten noch die Ecke gießen, die bauen wir auch noch. Ich guck mal so was der Keller hier hinten macht. Ja, der sieht auch schön. Gut gebaut. Nee, eigentlich nicht. Wir mussten auch mal runterkommen. Nee, die Erde, die durchpackt. Ja, ja. Da haben wir nicht so ganz gut gezogen, würde ich sagen. So, ja, das ist jetzt noch das Stück hier vorne. Hm, da komm ich einfach mit diesem fucking Arm nicht hin. Und... Warte, 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 warte. Ja, warte mal, bleib so. Jetzt warte mal, bis das Gesicht kurz so eindengelt. Mhm. Nee, schaukelt ja nicht. Versuch noch mal, also du kannst nicht mal zurück machen. Versuch den mal noch ein bisschen... Äh, doch so. Ja. Warte, und... Naja, noch ein Stück, noch ein Stück. Jawohl, und X. Niemals. Niemals. Naja, heiß ist tief. Ich bin auch, ähm, bei auf ne Prozent schon wieder. Achso, ne, warte mal, vielleicht deswegen nicht. Ne, ne, gerade erst gekommen, aber die Pump steht einfach zu nah dran, das ist das Problem. Rücken aber bitte Y. Ne, da ist echt bei dir was. Ne, ich bin voll. Oh, das ging ja schnell. Mhm. Mhm. Ganz den und den, äh, Zustand. Wenn du jetzt X klickst, spritzt der auch, ne. Mhm, das bringt mir ja nur nix. Kommt das nicht unten an? Okay. Mhm. Mhm. So Springbrunn-Style halt, ne. Tja, dann machen wir die riesige Arschkarte. Das Ding müssen wir noch mal zusammenklappen. Auf, oder, oder, mach mal jetzt mal X. Achso, was ist X, äh, mal, mal Dings, löst die Pumpe mal. Ah, warte mal. War ne gute Idee. Ha, 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 ha. Du hast es aktiviert, glaube ich, oder? Es läuft voll. Voll? Ja. Als wir jetzt hier drüben noch so ein Mini-Stück, ey, ich glaub's nicht. Aber mir hat sich da jetzt nichts getan. Das ist voll bei mir die Wand. Hier drüben fehlt noch was, dann haben wir es komplett. So, warte, hau ich den letzten Rest noch rein. Und. Na, sag mal. Ja. Voll. Hm. Na gut, dann klappt's am. Bin schon bei dir bei aktiven... Aber irgendwas fehlt. Aktive Aufträge? Ne, irgendwas fehlt, ja. 96 Prozent. Ja, bei mir hat sich da jetzt angeblich gar nichts getan worden. Lass mich mal an die Bombe, nein. Ne. Jetzt ist es aber... Wie viel hast du denn jetzt? Wie viel Prozent? 96. Hatte ich noch nichts getan. Ne, 98. Ja. Irgendwo fehlt hier so ein Mini-Tropfen. Ah, jetzt. Nice. Ich weiß. Ich weiß, was ich jetzt mag, falls ich eine Betonpumpe auf die Straße. Kannst du ja morgen. Hm, 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 hm. So. Ja. Einmal zum Klappen das gute Stück. So, was müssen wir jetzt, äh, was müssen wir jetzt abliefern? Schaltretter. Hä? Ah, ne, oder? Vier große Zügesteine. 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 Was nicht so ernst, oder? Ich hab nichts gemacht, ey. Das ist so witzlos. Nichts? Hat ich dir die Karre gerammt? Naja, einfach nur an das Auto drangepackt. ich lass mal die lade unserer sicherheit gesichert wenn ich geh halt um auf dinge sind dann auf baustelle oder versuch es halt mit dem kranken das geht schief ich mache gleich mal zurücksetzen hier die sehr interessant ist ja alle plätze belegt und er macht links kannst du mal den betonmischer oder so wegfahren oder irgendwas dort ich glaube das liegt weil weil die weil das gelunde da überall rum liegt ach so ich kann mich noch nach und leider kommen ja gut was soll mir jetzt erstmal die beton das ist theoretisch könnte theoretisch den einen von der straße schon mal nehmen auf jeden fall wenn da hinkommst müssen überhaupt hin ach da hin ich weiß nicht ob da hinkommst kann ich jetzt schon sagen das den kannst du auf jeden fall mal wegräumen das stimmt vielleicht reicht das sogar schon was denn du? mal ein bisschen hoch ach ja das ist der maximale reichweite ja aber schlau wenn du den pillen gegen löst und die immer auf zurücksetzen gehen ist die jose müsste das ding dann ungefähr dort nicht ganz normal mit dem britschen war noch versuchen aber fest betoniert um mich guck mal vielleicht das setz um um na gut muss man eben die pumpe zurückfahren nützt nix ja ja noch zweimal warte mal bevor du das letzte zurücksetzt bevor das letzte reinsetzen das feld ich will mal gucken wie es das weiter baut wir haben rinnen gemacht track race baby wieder schön durchs enge wohngebiet nur diesmal mit der betonpumpe ne ohne markierung zur baustelle gefunden wie geil ist das denn auch wenn man mit dem betonmischer das ding und bill an den straßenrand zurück was von dingen naja die scheiß stäne hm ich glaube aber nicht dass das geht ey weh das ding fliegt wieder um warum hast denn du deine stützfüße draußen was naja die sind bei mir draußen das ist grad wie spiderman hier naja na warte bleibt mal bitte stehen ich möchte dass das jetzt bei mir noch ohne eine gibt naja ich bräuchte da als fahrer oh jetzt sind sie bei mir auch draußen oh oh grausam 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 fahr mal schnell wieder ein die dinger das ist nicht gut kannst du hier einfahren war nur auf kransteuerung jetzt dass sie gut aus haben sie unklar oder ist wirklich ach sei jetzt gut aus alter wie so eine spinne da aber komischerweise wo ich durchs wohngebiet gehackt bin hat es nicht gestört also war keine kolli so dann werde ich den jetzt hier mal positionieren oder sagen du wirst was da noch ist jetzt hast du das ding genau wieder dahin gesetzt wo ich nicht rankomme warte jetzt aber ist zwar verkehrt rum aber müsste ja irgendwie gehen das ist nicht weil die jetzt hat ja alle oben sind was sie dann zu ja wenn du da rein back sind das ding ich riebe naja jetzt so sag ich doch naja jetzt fahren die autos immer da nicht mehr lang jetzt breite ich mich nämlich hier aus man lasst sie erst vorbei nicht dass das noch irgendwie problematik wird okidoki auf geht's ich glaube den bereich muss ich gar nicht freumachen die fahren einfach durch meine füße durch diese ärger aber da oben das müssen wir ausgießen hoffentlich recht das ist bis da wohl war sonst kriege ich einen anfall also gesehen wie weit die bombe geht wegen was wegen verdichtungselementen äh äh dann drück mal y y y y y du packst gerade richtig hart in den boden rein ernsthaft also bei mir ist ja echt alles normal äh also bei mir ist das äh machst du gerade irgendwie unterirdisch gangbang oder so ich weiß es nicht gangbang unterirdisch na versuch mal da was rein zu füllen äh ja ich muss gerade die straße noch frei machen wunderbar dann gab es da nicht so eine außenkamera dafür ja also das sieht ab alter wenn du das sehen könntest so episch bei mir sieht alles ganz normal aus bei mir ist jetzt dein rohr irgendwie links als würdest du irgendwas auf der straße machen okay und das pack vielleicht doch echt scheiße geparkt was das betrifft ne naja das passt schön ich kann ja hier so rum machen warte ich gucken ob sowas ankommt ja der auch da jo ha ha sieht auf jeden Fall lustig aus ja kann aber wo an den fps liegen wenn die fps unter 10 bilder fallen das ist da auch hau der das auf die straße alter die straße ja ja na aber guck doch mal aber oben unser auftrag wird auch nicht mehr ja obwohl ich das hier gieß ok schlecht äh warte mal ja mach mal stopp mal bitte ja was nicht passiert jetzt lass mich mal als Fahrer einsteigen ok bin ich mal gespannt was jetzt passiert alter ja schon ich geh schon mal in Deckung ja das Rohr ist unter der Erde alter unter der Map ist das was selbst bei mir zeigt es das jetzt an dass es da oben ist äh holy shit warte mal ich will gucken ob ich das irgendwie rauskriege oh ok jetzt ist es bei mir draußen ok leck leck dieser Armarsch ok das war jetzt durch das komplette ausgepackt und unterhalb der Garte oh hier kommt Beton geflogen ok jetzt geht es auch bei dir ne komisch das ist echt zu zum kotzen naja aber versuch du mal hm mhm aber jetzt ist es bei mir in der nicht irgendeinerischen Position ok kein Beton und gut jetzt wird es bei mir angezeigt kürzlichs hm ja wunderbar n n hm 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 bis aufs halt mal geschehen ja ja nur beton bitte aber dann lehrt gehen dann kann man das bisschen lösen lassen ohne problem weil dann nimmt er wirklich nur was aber gerade jemand am kamin auch schon noch wach um die uhrzeit ganz dann irgendwie entklappen so ich muss ja näher ran aber wir sind erst mal von dem partfahrt fest gerade sehr deswegen darf man auch fürs zuschauen wir sehen uns im nächsten wieder wenn ihr mögt bis dann haut rein bis dann tschüss